Hier ist der Menderes Boulevard, also da wo die Uhr ist und da hinten ist der Busbahnhof. Da fahren ja auch die Busse in alle Städte der Türkei, aber auch der Bus, der nach Alanya fährt. Jedenfalls letztes Jahr oder sogar dieses Jahr bin ich glaube ich schon mit nach Alanya gefahren. Oder war das letztes Jahr? Ich glaube das war letztes Jahr. Ich frage aber gleich nochmal, damit ich nicht falsch einsteige. Meine Mütze drückt auf meinen Kopf. Ich glaube ich habe die Zug eng eingestellt. Am Strand angelangt. Der Bus fährt natürlich auch da hinten, aber ich weiß nicht genau, ob der da noch anhält oder nicht. So von der Straße anhält, das mag ich nicht so gern, deswegen werde ich jetzt hier auch mal fragen. Und das ist glaube ich der Bus, der in alle Welt fährt. Da hat man hier im Schatten gefahren und auch alle anderen Leute. Wir lassen so. Das ist nämlich Sonne. Ich folge in der Sonne, die bis heute schlecht. Ich stelle einfach. Aber bei Cinbois ist das Nummer eins? Ich bin jetzt tatsächlich eingestiegen in diesem Bus, der da eben hielt und keine Nummer hatte. Dann habe ich gefragt und er hat gesagt, dass er bei der Post hält. Das ist wohl die letzte Station. Aber ich kenne mich auch aus. Ich weiß, wo ich ungefähr raus muss. Hat 25 Tage hier quasi tatsächlich. War doch richtig im Interpol. War da 23, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Hier, weil es 25, das sind 570 Cent, aber geht auf jeden Fall klar. Sieht das aus, der Bus. Schön geschmückt. Sehr alt, aber klimatisiert. Das ist ja schon mal gut. Letztes Jahr hat sich mit dem Bus gefahren. Da war der nicht klimatisiert. Da musste man die Fenster aufhaben und das war richtig furchtbar. Und der war so voll, nicht richtig voll. Da kann man auch einfach so aussteigen, ne? Hat sie gesagt, machen sie die Tür auf. Oder ja, gesagt, die Tür aufgemacht. Das würde in Deutschland ja unmöglich sein. Hier ist nämlich keine Bushaltestelle. Du kannst ihn ja auch einfach anhalten, aber manchmal hält er auch nicht an. Ich hab das jetzt ja auch schon versucht. Das ist ja auch schon versucht, dass man sich nicht mehr anbel nahern, weil die Tür zu sehen wird. Entfernen? Ja. Ich hab das jetzt schon versucht. Wow, das hat sich nicht mehr anbelangt. Du kannst du auch, wenn ich hier sage. Du kannst du jetzt nicht mehr überhalf. Das ist ja schon. Du kannst du nicht mehr an. Du kannst du auch nicht mehr an. Es gibt da. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielleicht dreht er wieder. Er ist jetzt von oben gefahren und nicht von unten. Oder täusche ich mich gerade. Es ist so dunkel hier, ich kann nicht so richtig gucken. Oder ist das doch richtig? Ne, er fährt doch richtig, sorry. Alles wieder zurück. Aber jetzt geht er hoch, ja. Jetzt kommt er von der Straße ab, statt geradeaus zu fahren. Vielleicht will er den Verkehr in Alanya umfahren, kann sein. Normalerweise wird er jetzt geradeaus weiterfahren. Jetzt biegt er aber ab. Kein Problem. Kein Problem. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt kommen wir zum Alanya. Theoretisch könnte ich dann auch da mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwo auch Geschäfte sehe, würde ich nämlich mal aussteigen bald Stuttgart Eskott, Stash. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke mal, der wird gleich irgendwo einmal rumfahren. Am Alanyam sind ja auch vorbei. Ich bin sehr gespannt. Das ist sowieso noch. Wenn ich jetzt hier querfeldein gehen würde, müsste ich auch noch ein ganzes Stück nach vorne laufen. Ich bin sehr gespannt. 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 503 ist es. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 14. Ich weiß nicht genau, wo wir hier sind. Jetzt geht er Richtung Strand.